Was ist das da hinten? Okay, wir müssen die Sachen sammeln. Geheime Arbeitszimmer? Ich plane gerade. Ganz oben. Das können wir also zum Schluss. Da habe ich in meinen Kulli hingewiesen. Den habe ich glaube ich mitgenommen. Das Portraitzimmer ist unten. Und das Medusa-Zimmer ist glaube ich unten. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Okay, Portrait-Galerie ist oben. Nee, erster Stock. Okay, ähm, Portraitzimmer und... Dann kam das Turmzimmer. Dann gehe ich erst ins Portraitzimmer. Als allererstes... Oh, 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 oh. Dann gehe ich auch hin. Oh, 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 oh. Dann gehen wir hier rum. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Weitere. Und dann gehen wir noch mal. Okay. Aus hier. Okay. Ich brauche das allererste Mal, dass wir so eng stimmig vorausgehen. Okay, wir haben noch genug. Das ist falsch. Irgendwann lerne ich das. Das ist falsch. Warte, wenn wir jetzt hier rauskommen, dann kommen wir ja direkt zum Modus. Das ist auch dann direkt das Portraitzimmer. Wir sind direkt in der Portraitzimmer. Wir sind direkt in der Portraitzimmer. Wir sind direkt in der Portraitzimmer. Wie praktisch. Aber was sollte ich hier nochmal holen? Bitte. Ich habe daraufhin schon. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nämlich nicht mehr, was ich Buch holen sollte. Warum werden jetzt so mit, äh, Sternstein ausgestellt? Was ist mit dem Buch? Ja, das kann ich nicht mitnehmen. Ich hab dich ja geklärt, was ich hier mitnehmen soll, wenn ich auch mal ein Kaminfeier hier habe. Ich kann mir nicht alle Bilder angucken. Ach, da ist das schon wieder großartig an. Ach, da ist das schon wieder großartig an. Ach, da steht was, wo ich was finde. Ach, da steht was, wo ich was finde. Das heißt Medusa. Ähm, bin ich hier sogar falsch. Dann muss ich hier hin. Ähm, ja, nur die Medusa glaub ich nicht. Ähm, ja, nur die Medusa glaub ich nicht. Was ist das? Wo stand das denn nochmal? Ja. Ein Schild. Ja. Ha! Ich wusste es noch. Willkommen, willkommen. Diesmal ohne Ende. Wie hat er das denn geschaffen, um über 100 Jahre alt zu werden? Wenn er nur von einem Dämonen besessen ist. Das war jetzt ein paar Bücher. Ich muss jetzt ein paar Bücher. Das ist ein Ausstellungsstück. Guck so da rüber. Das Buch muss uns sein, richtig? Richtig. Wo steckst du dir das hin, ohne dass es entdeckt wird? Es kommt drauf an, wie oft er in diesem Raum ist. So, das haben wir. Aber jetzt zum Beispiel noch ganz oben. Portrait Galerie haben wir. An meiner Sphäre wissen wir nicht, wo wir es kriegen. Turmzimmer. Ja, dann kommt als nächstes das Turmzimmer. Ach, was machst du jedes Mal, wenn wir gerade in der Cutscene kommen oder so? Ja, das ist wirklich falsch. Ich wollte ja auf die Map. Dann gehen wir nach rechts. Ich habe das irgendwo schon so klein gesehen. Aber wo war das? Was kommen wir da eigentlich rein? Jo, können wir. Ich glaube nicht, dass es in Konferenzraum ist. Dass ich es suche. Eppig. Wäre doch zu leicht. Wäre doch zu leicht. Wäre doch alles aufwarte, ich werde das tauch stellen. Kann ich denn nicht für mich nehmen? Und dann gibt es die vierte Milieu an. Wäre doch verm vowels. Dżenia wir da das haben nach rechts weiter und weiter 1, 2, das muss es sein das weiß ich bereits, danke okay 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 Es ist ein bisschen was hier. Das ist unglaublich. Er scheint nicht zu sagen, was mit meiner Mutter und die Hildesboro-Sisters passiert. Show mir ein bisschen. Es ist möglich, dass es zwei verschiedene Stylen der Schriftstilie gibt. Hmm. Der Rest der Korrespondenz zwischen meiner Mutter und Emma. Niemand versucht, eine Angelegenheit zu verabschieden. Ich bin sicher, dass es mehr gibt. Shit! Was auf der Erde macht er? Oh, komm! Nein, wir kommen zu Barad. Jetzt ist er weg. Was suchen wir denn hier? Gutenberg-Bibel, das ist die. Bibel hier. Warum brauchen wir so viele Bibeln? Na gut, gegen einen Dämonen, schon klar. Möchte ich einfach so? Allein lassen? Ich will nicht mit denen reden. Okay, ja. So. Jetzt ist noch drei Sachen, die wir brauchen. Und ja, noch zwei Orte. Okay. Oh, so kam das Arbeitszimmer. Oh. Hier muss irgendwo das Haus dran. Warte. Entweder hier oder hinten. Entweder hier oder hinten. Ich glaube aber eher hinten. 1-1-9-1. Ich weiß den Code immer noch auswendig. Ja. Ja. Ist er auch. Mag zwar ein bisschen neben der Spur sein, aber zahlen kann ich mir merkwürdigerweise merken. Kann ich noch schon noch die Spuren, 1-2-4-5-2-5-0-5-5-⁴-3-0-5-5-6-5-1-7-8-9-5-5-6-5-5-6-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5 ...6-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5. daran erinnern, was ich getan habe. Was hast du denn getan? Wollt ihr mir irgendwas wissen? Du, Beo, verrät uns. Ja? Was? Natürlich. Ja. Nein, die können wir einfach nehmen. Geht's gut, du musst nicht alles analysieren. So, jetzt fehlen wir nur noch zwei Teile. Was wir jetzt vielleicht, wenn zwei an einem Ort sind? Das ist doch mittlerweile in jedem Zimmer gewesen. So könnten die sein. Ja, wegz, wegz, wegz. Ja, ja. So könnte das sein. So könnte die mighty. Untertitelung des ZDF, 2020